ja hallo zusammen zu einer weiteren runde mass effect andromeda und zwar haben wir beim letzten mal einen unserer kumpels befreien und jetzt schauen wir mal was unsere nächste aufgabe ist hier haben wir ein gebäude das wir noch nicht kennen noch ein alien bauwerk noch ein alien bauwerk planetare realität hallo ok das haben wir schon gesehen also sollten wir uns das hier mal anschauen hallo also das nervig so ein bisschen wie schon gesagt nicht gut nicht gut ich weiß nicht ob ich da wirklich hin will nur gut hier ist aber jetzt nichts weiter was wir uns holen können aber so rein ja 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 ist ja gut so ich glaube er hat meine näher da nicht so wo ist denn jetzt da ist irgendwo das gebäude kennen wenn es hört sich immer an als wenn jemand schließt aber sind die blitze da geht es runter das wollen wir gar nicht hat immer auch mit den blitzen ja 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 beunruhigend wenn immer so nah an dir dran irgendwelche blitze aber moment mal das ding haben wir uns doch schon angeguckt das ist doch mit sicherheit doch nicht oder ich weiß es jetzt gerade gar nicht na toll das kann nicht gut sein alter was denn ich sehe gerade niemand nach da ich bin dabei mach mal locker hier lad nach mich ärgert immer noch dass ich kein medikett nehmen kann so haben wir jetzt hier auf irgendwie glaube ich schon sichere bedingungen ich muss auf jeden fall hier noch was umbelegen weil laufen und der jetpack sind bei mir auf demselben gedöns das gefällt mir nicht aber das werde ich in einer spielpause machen und nicht jetzt ja da sagt er mir etwas von munitionskiste ich habe keine gesehen ehrlich gesagt ja 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 ähm la 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 wo hast du denn hier eine munitionskiste gesehen bursche ich kann hier keine entdecken ja 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 ist ja gut da ist der eingang da siehst du wohl dann gehen wir mal hinein würde ich sagen dann gehen wir mal hinein ich würde da schon gerne rein so ist das ja nicht was genau meinst du komm ich da nicht rein kann mir das meiner verraten ich würde ja gerne in das gebäude rein hier haben wir auf jeden fall eine munitionskiste können wir auf jeden fall gebrauchen kein eingang hier drin noch zusätzlich irgendwie da da haben wir was das könnte vielleicht was werden was ist denn hier los da ist ja riesig naja was geht ihrer ansicht nach da drüben vor ich weiß es nicht aber wir kommen auf keinen fall über den zaun wir sollten uns zurückziehen unsere leute werden vermisst in ernst weiter wir sind für sowas nicht ausgerüstet gehen wir sieht aus wie ein weg hier raus beeilen wir uns hoffentlich merkt niemand was sehr schön jetzt haben wir das von der anderen seite geöffnet oder wie oder was oder wo hä da ist auch noch mal eine konsole ok alles klar ich möchte mir das trotzdem eigentlich anschauen dafür muss ich aber ein war eine toll da ist ja mal ein burner da möchte ich noch mal hin da möchte ich doch glatt noch einmal hin also das ist ja das kann ich mir einfach so stehen lassen dafür sah mir das so interessant aus so also hier hoch wieder so 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 ich kann das nicht einfach so stehen lassen nein 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 das funktioniert nicht hallo kommen wir nicht durch oder was keine chance für ein durchkommen ja ja das ist ja woanders das ist ja woanders also lassen wir das erstmal und verpixeln uns weil durchkommen ist gerade eh nicht durchkommen ist ähnlich also von daher so ist wieder da dann kann ich mir den knapp drohen hallo so dann marschieren wir hier mal weiter und so das heißt wir müssen hier irgendwie rum durch ach schlau ja ja du willst jetzt wirklich dass wir da rüber springen ja na gut na dann fragt mich mal ob das hier der richtige weg ist ich weiß es nicht ich finde er sieht richtig aus aber das hat ja nicht so viel zu sagen ok wiener was willst du jetzt angreifen ach hier ja ja erledige sie mal ich jetzt nachladen das muss ich bin stolz auf das machte aber hallo schmutzige tricks so ja schön Wie geht es Ihnen? Alle noch in einem Stück. Sie sind gerade rechtzeitig gekommen. Wo ist mein Vater? Er wollte die Gegend auskundschaften, während wir das Shuttle reparieren. Ryder, beim Shuttle finden Sie Waffen und Munition. Decken Sie sich ein. Haben Sie denn überhaupt versucht, mit Ihnen zu reden? Nicht wirklich. Sie haben einfach das Feuer eröffnet. Wie war es bei Ihnen? Nicht viel anders. Wir haben versucht, nett zu sein. Leider haben Sie nicht mitgespielt. Was haben wir denn da? Das nehmen wir natürlich. Lato? Hä? Hä? Oh, verdammt! Feindliches Schiff im Anflug! Weiß ich, weiß, 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 weiß. Lato, schnell! Da kommen Sie! Ja, ich hatte jetzt irgendwie keine Zeit, irgendwas zu tun, was mir hätte helfen können. Na, siehst du wohl, das freut dich und mich auch ein Stück weit. Aua, 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 aua. Das war nicht gut. Na, super. Wä? Äh, fortfahren. Ich weiß jetzt nicht, wo er jetzt weitermacht. Ich möchte jetzt mal, bevor hier irgendwas passiert. So, Rider, Fähigkeiten, Stubenaufstieg. Äh, lalalala. Okay. Ähm. Ähm. Habe ich keine Punkte mehr? Nee, habe ich nicht. Zwei Punkte gekostet. Ja, da bin ich also... Äh, bestätigen. Und Liam hat auch noch zwei Punkte. Der wirft ja gerne mit den Granaten. Dann geben wir hier mal ein Upgrade. Kostet zwei Punkte. Und damit war das Ding, wäre das Ding auch schon durch, wenn ich das richtig sehe. Richtig. Biff. So. Okay, jetzt auch nichts gegen tun. Ähm. Ja, sowas Dummes wie gerade eben sollte mir eigentlich nicht noch mal passieren. Könntest du mal Deckung nehmen? Wir haben echt Eier. Sie versuchen einen Abwurf. Ja, daraus sage ich mal, na dann. Alter, ist es mal gut hier. Alter. Ein Blitz hat ihr Shuttle erwischt. Wenn du sonst keine Sorge hast, ist das okay. Aua. Aua. Aua, 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 aua. Alter, die haben mich schon wieder so rund gemacht. Jetzt ist die Frage, ob er vom letzten Mal meine... Schnell mal eben Escape-Fähigkeiten... Ja. Ähm. Ich finde, kampf... Duh, dh, dh, dh. Hier, plus ein Waffenausstattungsgröße. Finde ich eigentlich auch geil, dass ich wieder so erlernen. Zurück. Liam. Äh, was ist das? Ja, halt. Oh, verdammt! Feindliches Schiff im Anflug! In Deckung! Schnell! Könntest du mal Deckung nehmen jetzt hier? Nicht nachlassen! Ha! Ein Blitz hat mir Shuttle erwischt! Dazu ein einfaches... Boah, was willst du denn von mir? Sag mal, könntest du mal... Nein. Aua! So. Ich schätze, wir haben ihre Aufmerksamkeit erregt. Sind das Runde? Schön wär's! Die können sich irgendwie tagen! Jaja. Mir würde nichts... Mir würde es nicht einfallen, nicht zu verarschen. Welten Sie sich? Ich bin hier! Ich lebe noch! Hier! Anwesend! Ich schon! Na, warte, mein Freund. So. Alter! 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 Was war das denn? Oh, ich verkack's gerade, ey. Hab ich wahrscheinlich wieder nicht. Sag ich ja. Was ist denn Barrikade? Ja, ah, 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 ah. Kampf. Ist denn aus mit Sturm? Okay. Barrikade. Zwei Punkt. ich stelle mich mal nehmlich was heißt davon lady alter dahin fand sich jetzt mal warm an jetzt mache ich mich nämlich wieder weg weil ich auf so eine scheiße kein bock habe mag alles sein misthöhle eindeutig ja nein würde uns nie einfallen scheiße seh zu dass du da weg kommst ich krieg diese dinger nicht ins visier es sind zu viele schießen sie einfach weiter wir schaffen das schon verdammt die lassen einfach nicht locker verdammt die lassen einfach nicht locker so und jetzt aber hier 1f so und jetzt mal schnell weg hier ich habe keine zeit für die ich gerade auch fürchte mich auf die fresse was passiert hier jetzt ja ich denke auch ich würde sagen beruhigen ich verstehe sie aber bleiben sie ruhig jetzt geht es mir besser Jajaja Fischer wurde verwundet aber wir ist bei ihm unser shuttle wurde zerstört sie ist verletzt was passiert jetzt oh shit Biotikerin, was? Wir haben Verletzte. Die gute Nachricht ist, unser Shuttle ist repariert. Wir können zurück zu Archen. Nicht bei diesem Sturm. Der Flug wäre zu riskant. Unsere Verletzten brauchen dringend Hilfe. Hast du einen Plan? Das Problem ist der Sturm. Also lösen wir das Problem. Wir reden hier über das Wetter. Ja, und ich habe eine Idee. Komm zu meinen Koordinaten. Dann... Verdammt, sie haben mich gesehen. Oh Mann. War ja klar. War ja irgendwo klar. Ich kann sie stabilisieren. Kurzfristig. Gehen wir. Ja, ihr Lieben. Nachdem wir uns dieser... Ich markiere den Nervpunkt auf der Karte. Sieht aus, als wäre es in der Nähe. Beeilen wir uns. Ja, wir beeilen uns. Aber dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Tag, Morgen, was auch immer. Es blitzt, es blitzt, es blitzt. Ich sage mal bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Tschüss. Und herauszufinden, was dahinter liegt. Die gesamte Initiative droht zu scheitern. Keine der goldenen Welten ist bewohnbar. Wir müssen neue Ressourcen finden. Aber dafür brauchen wir Leute. Wir brauchen mehr denn je einen Pathfinder. Das wird nicht unsere Heimat. Ich bin dazu bestimmt, das Unbekannte zu erforschen. Wer sind diese Kerle? Besucher, wie wir. Und schaffen Sie sie ins Schattel. Gut gemacht. Ihr Zugang! Zeigt keine Gnade, tötet sie. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschen.